Moin! Ich habe neulich gemeinsam mit meinem Trio mein bestes Placement in einem Cashcup erreicht. Das Turnier war ziemlich aufregend und in ein paar Spielen habe ich es sogar noch als Solo geschafft, einige Punkte für uns zu holen. Dieses Video ist ein bisschen anders als meine anderen. Ich habe die besten und spannendsten Momente zusammengeschnitten und mit Musik unterlegt. Statt Tipps und Tricks gibt es heute also einen richtigen Film. Das heißt für dich, hol dir was zum Knabbern, lehn dich zurück und genieß die Show. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Los geht's! Die ersten Spiele liefen leider nicht besonders gut. Wir haben es zwar ins Endgame geschafft, aber dann… naja, seht selbst! Deswegen bin ich sicher, bin ich da, bin ich da, bin ich da. Ja, bin ich da, bin ich da. Ich habe das Kino. Ah, ich habe das Kino. Ich habe nicht gesehen, die haben wir uns öffert. Ist jemand da, woher neben uns wird? Ja, hat uns Firefly. Ich werde mich bei mir lecken. Ich werde die Minute. Das dritte Spiel haben wir endlich mit ein paar Kills gestartet und dann... Ja, wir sind wieder viel zu früh gestorben. Zu diesem Zeitpunkt brauchten wir unbedingt ein gutes Spiel. Also haben wir alles gegeben und das ist in Spiel 4 passiert. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Jetzt kommt hinter uns? Beamt ein. Krack! Nice! Oh ja, Hapun, Hapun hier! Ja, das ist gut. Auf uns? Vielleicht nicht. Hey! Ich kann mich nicht mehr so aufgreifen. Ich kann mich nicht mehr aufgreifen. Build fight uns. Wir können wir einbauen. Kann ich es mal umdrehen? 60 und 1. Er ist bergellte. Ja, was ist er anders? Hap ihn mit! Hap ihn mit! Mane, ich habe ihn mit hier. Hap ihn mit mir mit! Er hat er! Er hat er. Ich bin springen. Springen, springen. Springen, springen. Nice, white. He got the first hyphen. He's got five teams. He's got five teams. He's got five teams. He's got five teams. Yeah, yeah. Stay in there. I think they're all the way down. Monty one, Monty one, Monty one. Let's go, Phil! Let's go, Phil! Hello! Let's go! Nice! Weißt du, was dich mindestens genauso gut anfühlt wie ein Victory Royale? Dieses Video liken und den Abo-Button drücken. Das ist wirklich ziemlich nice. Nach unserem Sieg waren wir wieder in besseren Lobbys, aber wir waren auch super motiviert und bereit für das nächste Late Game. People fly. You go ahead first. Follow me. Go, go down, go down, go down. This team on Hyde was looking. Oh yeah, I got hit by 30. 40. Oh yeah, nice, sorry. Stay on me now. Yeah, I'm coming with you. We have to move through some builds here. There, there's someone in here. 100. Go left, go left, go left. We have to go one up. Pat here, Pat here. Pat here, Pat here. Okay, yeah. It's alright. No, no, they're too high. Yeah, later. Are we staying there? I don't have a lot of that. Let's... Yeah, let's just try to play this later. The solo will launch us, I think. Okay. Play your left, play your left. Oh what? I got 12. I'm back. Pat up? Yeah, sorry. Shit. I need to get for fire at least. Oh my god. What? Different guy, different guy? Yeah, different guy. Yeah, different guy. Nice. Hast du das gesehen? Die beiden haben einfach ihren Platz getauscht. Sonst wäre das ein weiterer Kill und vielleicht sogar der zweite Platz für uns geworden. Ziemlich ärgerlich, aber wir gehen einfach direkt weiter ins nächste Late Game. Ob es genauso gut weiter ging? Ich verrate schon mal so viel. Es erwartet dich ein spannender Kampf zwischen den letzten Endgame. zwischen meinem Leben und dem Sturm. An der left. Right, 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 right. This guy. Over. Yeah, got a knock, got a knock. Can you help him? I haven't got a... Holding, holding, holding. Alright, I'm 4, 2, 2... Yeah, we have two paths to wait up. Or we get blocked, yeah. Here? Yeah, I haven't seen it. Landing right side here. Landing right side here. Watch out, they haven't added. I've got to try and get to you. I won it, I won it. Nice. I'm trying to get to you, but it's kind of dangerous. They blocked me, they blocked me. I've got to go out, blocked you. It's one in his own. Yeah, I was ahead and... I think I... I padded first. 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 Come here, come here. I'm here, I'm here. I'm here, I'm here. I'm here, I'm here. I'm here. I'm here. You still got a launch, right? Great. We're gonna have a launch. Great, let's launch here. Good one. I can hear. Okay. 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 It's Kenneth's Cuff here. Darüber geht's. Kannst du mal her? Ja, ich werde hier. Ich gebe mir das. Ich bin Hebt Klaue. Oh no, I can't get it, I can't get it. Oh, no way. In your box, nice, yes! Okay, I'll try it, I'll try it, I'll try it, I'll try it, nice. Top 3. Oh, nice! Nice. Do the clutch today bro, it's T-H-I-L. Diese Spiele haben uns auf der besten Liste weit nach vorne katapultiert. Im nächsten Spiel sind wir dann zwar direkt am Anfang gestorben, das war aber überhaupt nicht schlimm, da wir immer noch drei Spiele übrig hatten und nicht genug Zeit, alle davon auszuspielen. Im nächsten Spiel waren wir wieder contested. Ich will nicht verraten, was genau passiert ist, aber die Moving Zones am Schluss des Spiels waren direkt an einem Berg und unglaublich schwierig. Und jetzt siehst du, was passiert ist. Schicksal, schicksal. Oh, nice. from there. Schickal, schicksal. Nice, haha! Someone need new needs? I'm ready to help! Ah, okay. I got no idea, okay. It's actually here, alright. Oh wait, get out, get out get out. Get a God up. Ja, da war es gut. Auf Wiedersehen. Heißt, jetzt. Perfect. Ich lege auf das hier. Ja. Lige. Lange hier. Lernen, Lernen hier. Oh Gott! Oh Gott, nein, nein, nein! Schnapp in, schnapp in! Wait, someone land in my box! One! I've got it. Nice. Er... Und everything? We have to move up here. Watch out. Stay on me, stay on me! Close, close, close. Er... It's a really tough rotation. Fine, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. I'm dead, dead. I'm dead, dead. I'm behind you, dead. Nice. Left side, left side, here. Kill this guy, kill this guy. Why, why, why didn't? Dead, dead. Nice, yeah. You got flops, you got flops. Wait, I'm leaving minis. I can heal off, I can heal off. It's an exo, it's an exo. I'm going back, I'm going back for heal off. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Nice. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Do we still have splashes? No. No, no, no. No, no, no. Nice! Let's go! Ja, wir haben zwar fast das Heal Off nicht geschafft, eigentlich hätte mich jemand splashen müssen, während ich das Mat-Kit gemacht habe, aber wir hatten das noch nie vorher geübt und naja, wir haben trotzdem gewonnen. Jetzt gehen wir in unser neuntes Spiel. Da das Turnier zu diesem Zeitpunkt in wenigen Sekunden vorbei war, war das auch das letzte Spiel, das wir noch spielen konnten. Und da wir ziemlich viele Punkte hatten, waren wir auch in ziemlich guten Lobbys. Unser größtes Problem in dieser Runde war Storm Surge, also die Sturmflut. Aber seht selbst! Oh, weird. Oh, weird. Oh, weird. Oh, weird. Red, 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 red! I'm right, yeah, I'm right. I'm right. Watch out, someone is looking from the left. Anyone got any? Anyone got any? They're on their right tactics. Tagged in, 40. I got some. Got text. Got text. We're above. But I'm 1 HP, 1 HP. Thank you, thank you. 30, 30. Yeah, 30, 30. Dead, dead, I knocked one. Alright. We're above, we're above, we're above. Come back, come back, attack. Yeah, we changed. No. Left side. From here. Go on left. Yeah, the HP goes. Yeah, left, left, left. One, one solo. No, no, I didn't get him, I didn't get him. No, 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 no. Look if we can. Nice. We're still below, still below, still below. We have to kill someone now. Right here, right here. Yeah, Muhtag's right there, right there. Go, go, hit me. I'm almost out of my mouth. I'm out of my mouth. Yeah, that's good. We have to kill someone now. No, 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 no. Come, 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 come. Yeah, got him, got him. Come, come out, come out, come out. I'm getting done. I'm getting done. In my body, in my body. Yeah, I'm dead. No, I get better. What? Get this. Nice. You're good, you've got max wood, max wood. Big bank. Nice. Good shit, boy. I'll get in. Nooo. Hey. Nooo. Yeah, der Sturm hat mich genau in dem Moment eliminiert, als ich den Sturmrand berührt habe. Ich bin so knapp an ein paar Punkten vorbeigerutscht. Aber trotzdem. Das Turnier lief super gut für uns und ich bin total stolz auf unsere Leistung. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du noch mehr solche Videos von mir sehen willst. Und wenn du mir beim nächsten Fortnite-Turnier live zuschauen willst, dann schau doch einfach auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battle Bus. Bis dann! Bis dann!